Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Nachdem ich euch schon zwei Videos rund um den Kürbis präsentiert habe, einmal das Kürbismus und meine Pumpkin-Spice-Mischung und einmal mein einfaches Kürbisbrot, habe ich heute noch ein drittes Video rund um das Thema für euch. Und zwar habe ich euch unseren allerliebsten Kürbiskuchen mitgebracht. Der ist sehr sehr toll, weil er auf der einen Seite super schnell gebacken ist und in dem Sinne auch kaum Zutaten braucht, die man nicht eh immer im Haus hat. Das einzige, was man vielleicht nicht immer unbedingt im Haus hat, ist meine Pumpkin-Spice-Mischung. Aber falls ihr da noch mal reingucken wollt, das Video verlinke ich euch hier oben in der Ecke nochmal. Und ansonsten braucht ihr aber relativ einfache Zutaten und bekommt einen sehr sehr aromatischen Kuchen, der super schnell gebacken ist, den man sehr gut überall mit hinnehmen kann, weil er nicht auseinander fällt, der auch einige Tage lang saftig bleibt. Insofern, der ist wirklich super und den gibt es bei uns in der Kürbissaison meistens mehrfach. Und weil wir dieses Rezept so lieben, habe ich gedacht, ich zeige euch das gerne mal und gebe euch auch das Rezept. Im Hintergrund hört ihr manchmal ein bisschen Penrose, also da müsst ihr euch nicht wundern, den habt ihr jetzt ja schon in ein paar Videos gesehen. Der ist immer dabei und möchte auch ein bisschen kommentieren. Hier auf den Bildern seht ihr noch ein bisschen Impressionen vom Garten meiner Eltern. Da ist der Herbst natürlich auch sehr angekommen und ihr seht hier die Hagebuttensträuche. Hagebutten ist übrigens auch so ein Thema. Dazu kann man sehr gut auch was verarbeiten und Rezepte zeigen. Falls ihr daran Interesse habt, sagt mir sehr gerne Bescheid. Das machen wir auch sehr gerne. Wenn ihr daran Interesse habt, schreibt es gerne. Und am Ende von dem Video werde ich euch auch noch ein paar ihrer Tiere vorstellen. Also wenn ihr das sehen wollt, bleibt auf jeden Fall gerne dran. Als erstes beginnen wir aber jetzt hier einfach mal mit diesem Kürbiskuchen Rezept und noch ein zwei Impressionen von unserem Kater Penrose, den ihr, wie gesagt, ihr jetzt schon ein paar Mal auch gesehen habt. Der findet das immer sehr, sehr spannend, wenn da die Kamera steht und muss natürlich auch mal Hallo sagen. Genau und wir beginnen jetzt aber mit dem Rezept. Und zwar brauchen wir dafür Mehl. Dann brauchen wir Zucker. Am besten nehmt ihr für dieses Rezept braunen Zucker. Ich nehme meistens aber tatsächlich eine Mischung aus braunem und weißem. Da kann man aber ein bisschen hin und her experimentieren. Dann haben wir hier Salz und nochmal den Kater, der auch nochmal kurz gucken möchte. Dann brauchen wir zwei Eier. Dann brauchen wir die Pumpkin-Spice-Mischung. Wie gesagt, den Link findet ihr hier oben in der Ecke, falls ihr das Rezept noch braucht. Dann brauchen wir eine Tüte Backpulver und Kürbismus. Dieses Kürbismus haben wir ja auch schon in einem Video quasi hergestellt zusammen. Und das ist quasi jetzt einfach das Aufgetaute. Das heißt, ich habe die gefrorenen Stückchen gewogen, habe die dann auftauen lassen. In diesem Falle in so einem warmen Wasserbad, damit das Ganze schneller geht. Aber wenn ihr Zeit habt, könnt ihr es natürlich auch einfach bei Raumtemperatur auftauen lassen. Und dann könnt ihr das Kürbismus einfach benutzen. Falls ihr genau auf die Waage geguckt habt, habt ihr gesehen, dass ich nicht nur die 250 Gramm benutze, die eigentlich im Rezept stehen. Ich muss aber sagen, ich bin da nicht ganz so genau und meistens nehme ich ein bisschen mehr Kürbismus und einfach so, wie das mit diesen gefrorenen Stückchen hinkommt, da muss man nicht auf jedes Gramm achten. Das macht überhaupt nichts und das stört im Kuchen später dann auch gar nicht. Insofern macht euch da keine Sorgen, falls ihr irgendwie 10 oder sogar 20 Gramm zu viel oder zu wenig habt. Das ist gar kein Problem. Weiter geht's dann mit etwas Butter oder Margarine. Die habe ich schon mal in diese Rührschüssel gefüllt, einfach nur, damit sie zimmerwarm werden kann. Und dann geht's los. Dann kommen die, wie gesagt, 250 Gramm. Bei mir ein bisschen mehr Kürbismus dazu. Auch das Rezept habe ich euch ja schon in einem Video vorgestellt. Schaut da gerne auf dem Kanal. Das sind die ganzen letzten Videos einfach. Dann kommt der Zucker dazu. Wie ich eben schon gesagt habe, ich nehme da meistens eine Mischung aus braunem und weißem. Das ist einfach so das, wie es uns inzwischen am besten schmeckt. Aber probiert da gerne ein bisschen hin und her. Ihr könnt auch nur weißen oder nur braunen nehmen. Dann brauchen wir etwas Salz. Dann kommen noch die Eier dazu. Und das Schöne an diesem Kuchen ist auch, dass man im Prinzip wirklich einfach nur alle Zutaten in eine Rührschüssel gibt und die dann kräftig durchrührt. Also wir brauchen hier jetzt nicht mehrere Schüsseln oder man braucht nicht mal das elektrische Rührgerät. Ich mache das einfach immer mit einem Schneebesen, wie ihr hier auch schon seht. Die Zutaten vermixe ich jetzt einmal, weil das so die sind, die ordentlich auch verrührt werden können. Gleich kommt noch sowas wie Mehl dazu. Aber ich vermixe die jetzt erstmal, weil Mehl einfach ja nicht so lange verrührt werden sollte. Sonst wird der Kuchen so ein bisschen zäh. Das wollen wir natürlich nicht. Insofern mixe ich diese Zutaten jetzt einfach schon mal durch. Und falls da so kleine Flöckchen von Butter oder Margarine übrig bleiben, ist das auch überhaupt kein Problem. Guckt einfach, dass da keine größeren Stückchen mehr sind. Aber so kleine Flocken, wie ihr das hier jetzt auch seht, sind vollkommen unproblematisch. Genau, dann stelle ich das Ganze wieder auf die Waage und nulle das einmal. Und dann kommt auch schon das Mehl hinzu. Das sind hier 250 Gramm. Ich schreibe euch die genauen Maße und Mengen aber auch nochmal hier an den Rand und auch nochmal unten in die Infobox. Und dann kommt da ein ganzes Päckchen Backpulver mit dazu. Ich siebe das immer, ansonsten siebe ich nicht so sehr Mehl oder so. Aber bei Kakaopulver und vor allem aber bei Backpulver mache ich da eine Ausnahme, weil ich es gar nicht mag, wenn da Klümpchen drin sind. Insofern, das siebe ich, alles andere eigentlich nicht. Genau, und dann kommt da eine ordentliche Portion von meiner Pumpkin Spice Mischung rein. Das besteht aus vor allem Zimt und Ingwer und ein bisschen Nelke und Muskat. Die genauen Angaben findet ihr in meinem anderen Video. Schaut da, wie gesagt, sehr gerne vorbei, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Oder falls ihr da noch eine kleine Erinnerung braucht, dann findet ihr die da auf jeden Fall, die genauen Angaben. Und dann wird das Ganze auch schon verrührt. Und zwar jetzt ein bisschen vorsichtiger, weil ich natürlich nicht das Mehl überall rumfliegen habe. Und weil Mehl da, wie gesagt, ja auch so ein bisschen empfindlicher ist. Und wenn man das Ganze zu sehr mixt oder zu sehr knetet, dann wird das auch schnell zäh. Das wollen wir natürlich nicht. Aber ich möchte natürlich auch nicht so große Mehlnester da noch drin haben. Deswegen wird das jetzt einmal gut untergerührt, bis das Ganze eine homogene Masse ist. Und der fertige Teig sollte so zähflüssig sein. Also der ist nicht richtig flüssig, der ist aber auch auf gar keinen Fall fest. Sondern hat, wie gesagt, immer so ein bisschen auch eine andere Konsistenz. Je nachdem, wie das Kürbismus ist. Man hat ja auch manchmal ein bisschen festeres und manchmal ein bisschen flüssigeres. Oder wie gesagt, ich benutze auch manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Also ungefähr diese Konsistenz. Und dann brauchen wir als nächstes eine große Kastenkuchenform. Und wir brauchen Backpapier, damit der Kuchen dann besser aus der Form geht. Ich mache meins immer einmal nass und knautsche das so zusammen. Das hat den Effekt, dass man das danach wirklich perfekt in diese Form legen kann. Anders als wenn man versucht, das einfach, wenn das trocken ist, da rein zu tun. Insofern, das ist mein Trick, den ich auch schon bei dem Kürbisbrot erwähnt hatte. Aber das funktioniert wirklich sehr gut und das mache ich hier natürlich bei dem Kuchen auch. Und wenn wir die Form so ausgekleidet haben, dann kommt einfach der Teig da mit rein. In der Zwischenzeit kann man schon mal den Backofen auch aufheizen, bevor man den Kuchen hier in die Form tut. Damit er schon ein bisschen heißer wird. Und der Kuchen wird nur bei 160 Grad gebacken. Das ist relativ kühl für so einen Kuchen. Allerdings ist das Gute daran, dass er dadurch wirklich sehr, sehr saftig bleibt. Und nach ungefähr einer Stunde und wenn der berühmte Zahnstocher da krümelfrei rauskommt, ist der Kuchen fertig und kann dann einfach in der Form ein bisschen abkühlen. Und kann dann entweder direkt geschnitten werden oder wie gesagt, da auch noch ein, zwei Tage in der Form einfach bleiben. Der bleibt sehr, sehr lange saftig. Das ist wirklich toll und ist ein großer Vorteil auch an diesem Kuchen. Und jetzt seht ihr hier auch noch ein paar Anschnittbilder, damit ihr auch noch eine Vorstellung bekommt, was für eine Konsistenz er hat. Das war, wie ihr seht, einer dieser richtig schönen Oktobertage, wo es nicht so warm ist, nicht so kalt. Sehr schön sonnig gewesen, aber halt nicht mehr so heiß. Das mögen wir sehr, sehr gerne. Der Oktober ist einfach ein toller Monat. Und am besten natürlich, wenn man dann auch noch im Garten ein bisschen Kübiskuchen essen kann. Das ist doch eine perfekte Kombination. Und das erste Tier, was bei meinen Eltern wohnt und was ich euch versprochen habe, ist natürlich schon mal diese Biene. Denn inzwischen wohnen bei ihnen einige Bienen und zwei große Bienenvölker, die auch Honig produzieren. Das ist sehr schön. Und dann ist das hier noch Katze Mini, die ein bisschen irritiert davon war, dass wir so sehr nach anderer Katze gerochen haben. Das fand sie nicht so toll. Die wohnt noch nicht so lange dort, deswegen kennt die uns noch nicht so gut. Und dann haben meine Eltern auch noch zwei Hunde. Das sind Bad Lankan Terrier. Die sind in Deutschland, glaube ich, gar nicht so bekannt, aber bei meinen Eltern wohnen diese beiden. Das ist zum einen Uki. Der ist schon ein bisschen älter inzwischen, aber auch ein ganz lieber Hund. Und dann ist hier noch Lilli. Das ist eine Hundedame, die auch schon inzwischen nicht mehr ganz jung ist. Und die ihr hier seht, wie sie sich ein Nest baut. Also sie versucht hier nicht auf Toilette zu gehen, keine Sorge. Die baut sich nur ein Nest, um sich dann da hinzulegen und auch noch ein bisschen die Sonne zu genießen. Und ansonsten ist hier noch der zweite Versuch, Mini mit in das Video aufzunehmen. Denn wie ihr wisst, mögen wir Katzen sehr gerne. Aber Mini fand uns ein bisschen suspekt. Deswegen lassen wir ihr ihren Freiraum. Und dieses Mal gibt es nicht so viele Katzenaufnahmen. Aber ihr habt ein paar Hunde und noch ein bisschen Natur. Und passend zu diesen Heckenrosenhackebutten, die ihr hier seht, nochmal quasi die Frage jetzt am Ende vom Video. Falls ihr Interesse daran habt, dass ich euch zeige, wie man auch Hackebutten verarbeitet, sodass man sie essen kann, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Das mache ich sehr gerne. Und ähnlich wie die Vogelbeeren brauchen die Hackebutten auch einmal Frost. Insofern haben wir dann noch ein bisschen Zeit, bis die dann wirklich geerntet werden können. Aber wenn ihr daran Interesse habt, lasst es mich sehr gerne schon mal wissen. Und mit diesen Floralen und noch ein bisschen Stockbrotaufnahmen ist das Video dann auch schon vorbei. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr macht es mal nach. Lasst es mich gerne wissen, ob euch der Kuchen auch so gut geschmeckt hat, wie er uns schmeckt. Hier am Rand seht ihr nochmal die anderen Kürbisvideos. Schaut da sehr gerne vorbei. Entweder für mein Rezept für Kürbisbrot oder auch für das Basic Kürbismusmousse und meine Pumpkin Spice Mischung. Und mit diesen Basisvideos könnt ihr dann wunderbar auch zum Beispiel meinen Kürbiskuchen nachmachen. Und dann bis zum nächsten Mal liken und abonnieren natürlich nicht vergessen. Bis dann!